Der Bericht der Volksanwaltschaft an das Land Salzburg für 2011 und 2012 liegt vor. Welche Bedeutung hat die Volksanwaltschaft für das Land und auch speziell für den Salzburger Landtag? Die Arbeit der Volksanwaltschaft ist primär da für die Bürgerinnen und Bürger hier in Salzburg. Sie sind die Kunden der Verwaltung. Für den Landtag ist es wichtig, weil es auch ein Gradmesser ist einerseits der Rechtssicherheit im Land, aber auch ein Gradmesser für die Qualität der Normen, die wir ja erlassen als Gesetzgeber und auch der Tätigkeit der Verwaltung insofern, als wie durchsetzbar unsere Normen sind, die wir erlassen, unsere Gesetze und wie sie angewandt werden. Das heißt, es gibt auch oft Hinweise, dass eine Regelung nicht das hält, was wir uns dabei gedacht haben und daher Änderungsnotwendigkeiten da sind, die wir dann natürlich als Landtag auch setzen wollen. Was ist zur Entwicklung der Tätigkeit der Volksanwaltschaft in Salzburg zu sagen? Die Salzburger Verwaltung berücksichtigt unsere Anregungen mehr und mehr. Ich weiß auch, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter Spannung stehen, unter Druck der Bürgerinnen und Bürger, dass das Unmögliche möglich gemacht werden soll. Wir appellieren aber, sich an die Gesetze zu halten, was im Verhältnis in Salzburg eigentlich gut gelingt und wir daran denken können, dass wir über weitere Verbesserungen gemeinsam mit dem Landtag nachdenken können. Stichwort nationaler Präventionsmechanismus, das ist eine Aufgabe, die die Volksanwaltschaft seit zwei Jahren rund ausübt. Was kann man darunter verstehen? Österreich hat sich zur Einhaltung eines völkerrechtlichen Vertrages zum Schutz der Menschenwürde und der Menschenrechte verpflichtet und die Volksanwaltschaft beauftragt, diese Einhaltung der Menschenrechte und Menschenwürde zu kontrollieren. Und zwar mit dem Aspekt präventiv, also vorkehrend und risikovermeidend. Das betrifft Pflegeheime, das betrifft Jugendwohlfahrtseinrichtungen, das betrifft Gefängnisse, Polizeianhaltungen, Behinderteneinrichtungen. Da achten wir mit unseren interdisziplinären Besuchskommissionen darauf, dass Schutz und Förderung der Menschenrechte, wie es heißt, an der Spitze stehen.